Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video, wie ihr seht haben wir hier wieder nichts, heute ist die Verlosung zu Ende, ich blende euch auch gleich ein Video ein, wer gewonnen hat, und zwar RC-Q-Baden, der hat gewonnen, ich werde ihn so 17 Uhr oder so anschreiben, weil jetzt haben wir erst so 15 Uhr, wo ich das ausgelost habe, also ja 14.30 ungefähr, ich glaube nach einem Video, da habe ich glaube ich 14 Uhr oder so gesagt, ja auf jeden Fall, der hat gewonnen, ich werde ihn nachher anschreiben, dann nach Adresse fragen und so weiter, und dann wird er natürlich das auch zugeschickt bekommen, ja also hier jetzt einmal das kleine Video, wo ich gerade eben am PC gemacht habe, über Zufallsgenerator habe ich das halt ausgelost, so hier habe ich jetzt alle Namen eingetragen, wie ihr seht, also hier sind alle 7 Leute, die mitgemacht haben, vielen Dank nochmal dafür, es sind zwar nur 7 Leute, aber ja, kann auch nichts, kann auch nicht mehr machen, so, Namen noch einmal ziehen, hier drücke ich gleich auf den magischen Knopf und dann wird ausgelost, im Moment ist gerade 14 Uhr, also 18 Uhr wird das Video online kommen, dann habe ich, der, der gewonnen hat, dem habe ich dann schon eine Nachricht geschrieben und so weiter, also da muss ich dann nicht bei mir melden, ich melde mich dann bei dem dann, 17 Uhr werde ich mich melden und auch nochmal alles in Instagram Story machen, würde ich sagen, drücke mir mal auf Namen ziehen, Herzlichen Glückwunsch, rc-q-baden hat gewonnen, jetzt ist er auch natürlich hier oben weg, aber vorher war er noch da, hier, er hat gewonnen, dich werde ich 18 Uhr anschreiben, und, sorry, und dann Fragen wegen, ähm, Versand und so weiter, auf jeden Fall, herzlichen Glückwunsch. So, wie ihr gesehen habt, wer gewonnen hat, wie schon erwähnt, rc-q-baden, dich will ich euch auch nachher gleich anschreiben. Ja, also vielen Dank, ähm, nochmal an alle sieben Leute, die mitgemacht haben. Ja, also nächste Woche, ähm, kommt auf jeden Fall ein richtig cooles Video, denn mir wurde ein Traxxas TRX4 Bronco, wurde mir zur Verfügung gestellt, für vier Wochen. Vielen Dank nochmal, ähm, dazu, ich werde, ich werde, ähm, den Besitzern und so alles Mögliche, werde ich im nächsten Video auch nochmal alles sagen, und so weiter, was der alles für Tuning hat, und so weiter, der hat nämlich alles, Soundmodul, Seilwinde, ähm, Porsche-Less-Motor mit Sensor, alles Mögliche. Dann würde ich es dir auch sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn es heißt, ich fahre Traxxas TRX4 Bronco. Würde ich sagen, haut rein, und ciao. Musik 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 Musik